Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute besprechen wir die Weibel, die Rankings der dritten Generation. Die erinnern sich ja eigentlich alle sechs Monate, dass ein Pokémon besser derzeit ist oder schlechter. Und bei den besten Generation 3 Oyo-Playern werden halt gerankt, wie gut die Pokémon derzeit sind. Es geht von S bis F-Rank. S ist natürlich der beste Rang, das sind die besten Pokémon und F-Rank. Diese Pokémon kann man benutzen, sollte man aber nicht benutzen. Da haben wir zum Beispiel Arxos, Lunarstein, Stahlos, Regirock. Also hier haben wir im F-Rank Lunarstein, das heißt schon etwas, und Roselia. Die alle haben eine Nische, die andere Pokémon jetzt nicht erfüllen. Deshalb sind sie in dem F-Rank zum Beispiel Slaking, haut wirklich hart rein. Aber jede zweite Runde ist es useless und mit Schutzschild ist dieses Pokémon nicht mehr brauchbar. Und es gibt sehr viele Pokémon mit Schutzschild, wie zum Beispiel Sompax und Panzerun. Und man sieht eigentlich Panzerun derzeit in jedem Team gefühlt. Die besten Pokémon derzeit im SS-Rank sind Despota, Panzerun und Metagross. Die besten beiden Pokémon sind auch für mich Despota und Panzerun. Ein paar Leute denken, dass Panzerun derzeit das beste Pokémon ist und nicht mehr Despota. Aber ich finde bei den beiden lässt sich schon diskutieren, was das bessere Pokémon ist. Aber natürlich, beide machen etwas anderes. Despota, der Oju-König der dritten, vierten und fünften Generationen. Fast jedes Team muss Despota im Team haben. Auf jeden Fall. Despota hat so viele Sets. Fast Dragon Dance, Bulky Dragon Dance, physisch speziell, Choice Band, Pursued, Mixed. Also es gibt so viele Sets, wie man das Pokémon spielen kann. Attacken, die jetzt noch nicht erwähnt werden, wären zum Beispiel Contra, Focus Punch, HP Bug, kann man auch spielen. Man kann auf jeden Fall, wenn man Angst vor Geist-Pokémon hat, wenn man auf jeden Fall einen Pursuit-User braucht, also ein Pokémon, was man immer in Gang rein-switchen kann, dann ist das Despota. Derzeit probiere ich sehr viel herum mit Verfolgungs Despota und ich habe einen Sets gefunden, was ich eigentlich gut finde. Gengar ist ja derzeit so investiert, dass es safe immer einen Pursuit, also eine Verfolgung tanken kann, auch wenn es rauswechselt. Mit 7-6%. Da habe ich aber gemerkt, wenn man den Pokémon Black Classes gibt, ist es trotzdem ein One-Shot. Und so können andere Pokémon Rapid Spin drücken und ich spiele derzeit gerne ein Normal-Team mit Taurus, Lacking und Relaxo und Gengar ist wirklich das größte Hindernis zum Beispiel. Und wenn der Gegner Gengar reinwechselt, gehe ich in Despota, drücke Pursuit und meistens ist das Pokémon down, außer natürlich es bleibt drinnen. Aber Despota ist eigentlich so bulky, dass es zwei HP Classes überlebt, außer der Gegner ist irgend so ein weirdes Fokus-Punch-Set. Das wäre wirklich komisch. Ich habe gegen so einen Gengar gespielt, was wirklich Fokus-Punch konnte, also Power-Punch im Deutschen. Sub-Punch-Gengar sieht man nicht oft. Das ist sogar ein Set, was es irgendwie gibt, aber derzeit kein Spiel, weil es nicht so gut ist. Nicht mal ich habe es ausprobiert, obwohl es natürlich sehr funny sein könnte. Gut. Panzer Aeron. Es gibt eigentlich nur ein Panzer Aeron-Set und das sorgt wirklich dafür, dass das Pokémon derzeit eines der Top 2 ist. Top 3 auf jeden Fall. Nämlich Spikes, Schutzschild, Brüller oder Wirbelwind und zugute lässt noch Toxin und speziell Defensive. Kein anderes Move. Man könnte statt Schutzschild Toxin Borschnabel spielen, aber ich bin wirklich ein richtig großer Fan von diesem Set geworden. Seht euch einen Part an, wo wir Panzer Aeron benutzen. Das gleiche Set. Es macht immer was. Auch wenn es nur Spikes rausholt, das reicht meistens auch schon. Lied Panzer Aeron und drückst Spikes. Der Gegner geht in Magneton und Scamery stirbt. Es hat trotzdem nur noch eine Lage Spikes rausgelegt. Natürlich ist das nicht genug, was man von einem S-Rang Pokémon erwarten kann, aber das ist halt der schlechteste Fall. Du kannst mit Panzer Aeron immer einen Spike rauslegen. Es tankt auch zu 20% einen Donnerblitz von einem Magnet. Magneton. Und beim Magneton muss man wirklich schauen, dass man die Magneten auf diesem Pokémon trägt. Sonst kann es Panzer Aeron nicht one-shotten. Es gibt eigentlich nur drei Magnet-Pol-Pokémon in der dritten Generation. Nasgnet, Magneton und... Wie heißt die Vorentwicklung? Magnemite. Ja, so hieß dieses Pokémon. Das sind die einzigen drei Pokémon mit Magnet-Polt. Und würde es Magneton nicht geben, wäre Panzer Aeron vielleicht wirklich ein Pokémon, was man bannen würde. Weil es einfach so stark ist. Toxin ist ein richtig guter Move. Spike, also Starkler, ist generell der beste Move in Generation 3 meiner Meinung nach. Das Pokémon kann so vieles. Und wenn es Magneto nicht geben würde, wüsste man Panzer Aeron bannen. Oder würde es schon Ruheort in der dritten Generation geben, hätte man jetzt schon Panzer Aeron gebannt. Weil es einfach so gut ist. Früher, vor zehn Jahren, hat man ein anderes Set gespielt. Nämlich physisch defensiv. Da haben die Leute noch nicht wirklich so ein speziell defensives Panzer Aeron gespielt. Da gab es natürlich auch schon die vier, fünf Generation. Und der Grund war einfach, es kann nicht Ruheort. Und deshalb hat es nicht eine safe Recovery. Und so tankt es nicht so wirklich so viele physische Moves dann. Deshalb hat man ja früher physisch defensiv gespielt, dass es wirklich sehr viele physische Moves tankt. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie ein physisch defensives Panzer Aeron in Generation 3 probiert. Einfach, weil dieses speziell defensive Panzer Aeron-Set richtig gut ist. Was man bei dem Set aber verändern könnte, ist, dass man ein paar E-Force von KP und Spezialverteidigung nimmt. Oder ein von den beiden. Und investiert das in Speed, dass man schneller ist als gegnerisch Panzer Aeron. Denn wenn beide Pokémon Brüller oder Wirbelwind benutzen, triggert natürlich der schnellere. Deshalb spiele ich immer gerne ein paar Speed Defaults auf Panzer Aeron. Es gibt natürlich noch ein anderes Set, ein offensives Spike-Set mit Stachler, Borschnabel, Kraftreserve, Boden und Zahn. Kraftreserve, Boden war in der dritten Generation auch physisch. Full Attack, Full Speed. Ja, man wechselt ja gerne Magneton in einem Panzer Aeron rein, denn wer rechnet mit einem offensiven Panzer Aeron? Also ich rechne nie mit einem physisch offensiven Panzer Aeron mit Kraftreserve, Boden. Kraftreserve, Boden killt immer Magneton, weil es ja vierfach effektiv ist. Aber leider muss ich sagen, dieses Set ist einfach nicht gut. Das spezielle defensive Panzer Aeron-Set ist um tausendmal besser. Dieses Pokémon ist nicht bulky. Flugboden ist vielleicht eine gute Courage, aber nur mit 280 Gezeck reicht das nicht. Es gibt so viele Pokémon, die du rein-switchen kannst. Es könnte nichts gegen Sumpex machen. Die spezielle defensive Variante mit Toxin kann immer etwas gegen Sumpex tun, außer es ist die offensive Delegator-Variante. Natürlich kann ein speziell defensives Panzer Aeron nichts vielleicht gegen Gänger tun, aber es kann immer noch Stachler legen und Stachle ist wirklich sehr gut. Es gibt ja die Teams mit Sandsturm, Stachler und Toxin. Die TSS-Teams, das ist ja der beliebteste Spielstil oder der beste Spielstil in der dritten Generation. Und da spielt man einfach Despota, Panzer Aeron und vielleicht noch ein anderes Pokémon. Gut, dann hätten wir auf Rang 3 Metagross. Ehrlich gesagt ist nämlich Metagross kein S-Rang Pokémon, denn ich finde, es gibt einen großen Weltenunterschied, sage ich mal, zwischen Metagross und Panzer Aeron und Despota. Für mich ist Metagross ein A-Rang Pokémon und kein S-Rang Pokémon, weil einfach Despota und Panzer Aeron, die kannst du in jedes Team packen und die machen immer etwas. Aber Metagross ist immer noch ein sehr gutes Pokémon. Und ich verstehe es, wenn Leute sagen, dass das vielleicht das beste Pokémon der dritten Generation ist. Es hat sehr viele verschiedene Sets. Choice Bandit, Agilität, Bulky mit Schutzschild, dass es Überreste-Recovery mehr bekommt oder eine Mixed-Variante. Mehr Psychoknase, HP Fire, Meat to Mash, Explosion, dass man es immer in Panzer und Stalk reinmixen kann, dass es die Pokémon besiegt. Und man muss auch sagen, die Choice Band-Variante, ich habe gefühlt, ist die Choice Band-Variante wirklich die beliebteste Variante. Aber man muss auch sagen, dieses Choice Band Metagross one-shottet ein defensives Panzer Aeron, wenn es nur 100% hat. Explosion reicht aus, dass das Panzer Aeron one-shottet bei Full-Age Spiel. Explosion sorgt dafür, wie Finale, dass bis zur vierten Generation die Verteidigung halbiert ist, sprich die Attacke ist doppelt so stark. Das ist das einzige Pokémon, unboostet oder mit einem Choice Band-Variante, was es Panzer Aeron mit einem Schlag besiegen kann, auch wenn man Metagross opfern würde. Ich sehe oft einen Tausch zwischen Panzer Aeron und Metagross. Du kannst mit Metagross eigentlich immer Boom drücken, in der ersten Runde. Es gibt sogar ein bekanntes Metagross-Choice Band-Set, eh dieses. Irgend so ein User hat es sozusagen erfunden, als Lead Pokémon. Du drückst in die ersten Runde immer Explosion. Egal, was reinkommt. Es ist down. Aber wenn ein Geist Pokémon reinkommt, dann muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe auch Choice Band-Lead Metagross probiert und es funktioniert immer. Du killst mit dem immer einen Pokémon, denn dagegen wird es nicht Gengar immer reinswitchen. Ich habe auch Angst, dass ich Gengar reinzwitsche, denn du kannst auch Meteor Mesh drücken und ein Choice Band-Meteor Mesh Metagross kann auch ein Panzer Aeron besiegen, wenn er Full-Age spielt. Denn durch Sternenheap kannst du zu 20% einen Angriffs-Boost haben. Dann hast du über 900 Detekt, was schon im Sehen ist. Man muss mal 1,5 und 1,5 rechnen. Und langsame Zeit, ja, kann das Panzer Aeron nichts mehr tun und du willst nichts in eine Meteor Mesh reinwechseln. Immer wenn ich mit Panzer Aeron in Meteor Mesh drinnen bin, das mache ich auch, muss ich Wirbelwind drücken. Aber ja, das ist die Beauty of Metagross. Es ist einfach so gut, es ist wirklich bulky für den Standard. Das sind wirklich so gute Werte in Generation 3. Das beste Stahl-Pokémon vielleicht, obwohl es Panzer Aeron gibt. Auf jeden Fall der beste physische Taker. Obwohl es natürlich auch noch Despotar gibt. Aber Despotar, man könnte auch sagen, ist der beste Drachentanz-User. Das sind die besten 3 Pokémon, meiner Meinung nach auch. Aber Metagross gehört nicht in den selben Rang wie Despotar und Panzer Aeron. Ich finde, man könnte S- erfinden. Gibt es auch ein paar Mal an anderen Tiers. Und da passt Metagross hin. Dann hätten wir im Arang schon ein paar Pokémon. Sumpex, Zapdos, Zapdos, Gengar, Salamence, Blissey, Shiraz, und Celebi. Ach ja, die sind gerankt, nach wie die Pokémon halt derzeit sind. Laut ein paar Usern. Und ich finde, man könnte sogar noch ein viertes Pokémon im S-Rang rein tun, nämlich Blissey. Hier ist es nur auf Rang... Drei ist vier... Auf Rang acht. Ich verstehe, wenn Leute es nicht so gut raten, aber Blissey ist die beste spezielle Wall. Es gibt keine bessere spezielle Wall. Es gibt auch nicht wirklich so viele physische Pokémon, die das Ding One-Shotten. Man kann natürlich zum Beispiel so ein Dict-Reset machen, dass man Blissey Two-Shottet. Man spielt zum Beispiel auf Clurac auch nur eine bestimmte Attacke, nämlich Beat-Up. Beat-Up ist derzeit beliebt auf Dict-Ray und Clurac, um einfach potenziell dieses Blissey zu Two-Shotten. Beat-Up kann man immer auf Clurac spielen, wenn man jetzt nicht Power-Up-Punch mit Delegato spielen kann, aber ich liebe die Delegato-Focus-Punch-Variante mit Clurac. Deshalb bin ich jetzt nicht so der große Beat-Up-Clurac-Fan, aber man kann auf jeden Fall so das Clurac spielen. Man spielt ja Blissey meistens voll physischer Verteidigung und Spezialangriff, dass das Pokémon auch noch Schaden macht. In einer anderen Generation kannst du es dir eigentlich nicht lassen, dass du die EVs in Spezialangriff investierst. Hier schon, und es macht so guten Schaden mit Eistrahl, ich spiele es immer gerne mit Eistrahl, Donnerblitz und dann noch der Donnerwelle oder Toxin. Dieses Set ist richtig gut. Das Pokémon kann auch noch Konter, denn es hängt immer ein in der Attacke, und so kann man das Pokémon besiegen. By the way, Konter funktioniert immer gegen Kraftreserve, auch wenn es zum Beispiel eine spezielle Kraftreserve ist, wie zum Beispiel Kraftreserve Pflanze von Celebi, aus dem Grund, dass Konter davon ausgeht, dass es immer Kraftreserve normal ist, obwohl es ja natürlich nicht so ist. Das ist so eine Generation 2, Generation 3 Phänomen. In der vierten Generation ist es nicht mehr so. Man könnte auch die Gedankengut-Variante spielen. Habe ich ein paar Mal probiert, aber ich finde die einfach nicht gut. Die spezielle, ja, die physisch defensive Variante ist einfach sehr gut. Gedankengut könnte man spielen, ich bin aber kein Fan drauf. In Generation 3, liebe ich es sogar, Gedankengut-Blissage spielen. So war es dir ja bestimmte Pokémon, aber in Generation 3 musst du das eigentlich nicht tun, außer für, außer vielleicht für Gedankengut-Sweakun. Blissi-Hytera gehört auf jeden Fall höher gerankt, obwohl ich verstehe, wenn man die anderen Pokémon auch besser findet. Ich verstehe es, wenn man Thumpax, Zapdos, Gengar oder Brutalander besser findet. Alle vier Pokémon sind genial, wirklich richtig gut. Physisch defensive Thumpax ist die beste, physisch wohl im ganzen Game. Sehr viele Teams haben physisch defensive Thumpax, denn man braucht einfach eine Antwort gegen, gegen Gesteins-Pokémon wie Despotzone, Aerodactyl. Besonders in Generation 3 sind Gesteins-Pokémon offensiv sehr gut und beignet sich einfach Thumpax sehr gut. Zapdos. Ach ja, wir können noch ein bisschen über Thumpax reden, denn es gibt noch andere Thumpax-Sets, die auch sehr gut sind natürlich. Also das beliebteste Set ist der Erdbeben, Eisbeam, Schutzschild, Hydro-Pumpe oder Surfer, physisch defensiv oder eher mixed defensiv. Dieses Set wollt so viele Pokémon im ganzen Game. Ich kann euch gleich 10 Pokémon aufzählen. Schutzschild ist einfach für den Überrest der Recovery da. Es ist wirklich nötiger, auf diesem Set Schutzschild zu spielen. Dann gibt es auch noch eine Surfer-Toxin-Schutzschild- und Refresh-Variante, wenn man jetzt die Poison auf Thumpax heilen will. Ist das auch eine Variante, aber ich finde die andere Mixed-Variante besser. Offensiv kann man das Ding auch spielen, so mixed offensiv, mit Hydro-Pumpe, Erdbeben, Eistrahlung, Focus Punch. Eine andere Variante, was man eigentlich nur in offensivem Team spielen sollte. Dieses Set, nämlich Delegator, Notsituation, Hydro-Pumpe und Brüller. Das ist so ein richtig interessantes Set. Als ich das erste Set zum ersten Mal gesehen habe, spielt man wirklich so Thumpax. Es funktioniert wirklich sehr gut. Im Sandsturm mit Notsituation sind so viele Pokémon down, so gewinnst du das 1-1-Gang-Swee-Kon. Und durch die Salke-Behre, die es trägt, hat es 360 Speed und es gibt jetzt nicht so viele Pokémon, die 360 Speed-Out-Speed, also Pokémon, die man oft sieht, wirklich oft, sind eigentlich nur, ja, Stami, Dictry, obwohl man Dictry sehr viel mit Kappen im Besten spielt. Das ist ein Eisstrahl von Hythera-Tankt. Blitz und Aerodactyl. Simsala, Gewaldro, Raikou sind vielleicht schneller, aber die sind derzeit jetzt nicht so gut. Die zähle ich jetzt nicht mehr. Besonders Gewaldro, Schwalbos, Crowbat, wirst du nie sehen. Simsala auch nicht. Höchstens Raikou in einem Gedankengut-Spam-Team, aber sonst siehst du Raikou nicht. Raikou wird ja zum Beispiel von Dictry gewollt. Ist ja nur so ein normales Beispiel. Ein Set, was eigentlich nur man in der vierten Generation gut spielen kann, da die Wassertacken in Generation 3 alle speziell sind. Ich spiele deshalb gerne wirklich die Choiceband-Variante mit keiner Wassertacke oder schon. Man spielt es auf jeden Fall mit Erdbeben, Rockslide, Focus Punch und noch mit einer Wassertacke. Aber die muss Hüterpumpe sein, denn du wirst alles in Angriffe investieren und nichts in Spezialangriff und dass du irgendjemand mit Wassertacken Schaden machst, spielst du die Hüterpumpe auf diesem Pokémon. Also ich habe noch nie Choiceband-Zumpex gesehen in Generation 3, in Generation 4 schon, aber in Generation 3 nie, weil Wassertacken hier alle speziell sind und defensive Zumpex einfach so gut ist. Die Mixed-Variante kann man auch spielen, meistens Mixed und Choiceband-Zumpex habe ich wirklich noch nie gesehen und vielleicht habe ich sogar dieses Set erfunden. Also ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der Choiceband-Zumpex in der dritten Generation spielt. Es überrascht den Gegner und es macht ja auch wirklich so viel Schaden mit 350 Attack und Step Erdbeben. Die Attacke macht so viel Schaden und Zumpex ist so von sich aus bulky so kannst du es immer noch in Despotar Metergroß rein switchen und die Pokémon One-Shot mit Erdbeben. Nur so ein Beispiel. Zapdos. Es gibt eigentlich zwei Zapdos-Sets, die beliebt sind. Früher war ja die beliebteste oder sogar mehrere Sets, aber früher war das beliebteste Set vor 10, 15 Jahren die Rest-Sleetalk-Variante. Derzeit spielt man Rest nicht mehr so oft, man kann immer noch die Rest-Sleetalk-Variante spielen, aber man hat die entdeckt, wenn man rauswechselt, resettet sich ja der Counter von Erholung. Das hat man erst vor ein paar Jahren entdeckt. Und so ist dieses Rest-Sleetalk-Zapdos ausgestorben, deshalb spielt man es eigentlich noch mit Rest. Es gibt auch noch die Standard-Offensive-Variante mit Zapdos, Donnerblitz, HP Grass, Donnerwelle und Brüller. Man könnte statt Donnerwelle Battenpass plus AGT spielen oder Toxin. Wäre ein cooles Set. Und ich muss sagen, dieses Zapdos-Set ist das beste Lead-Pokémon in der dritten Generation, meiner Meinung nach. Andere Lead-Pokémon, die auch noch gut sind, wie Despotar, Brutalander. Bei Despotar musst du eigentlich mehr rauswechseln, bei Brutalander vielleicht nicht, außer es ist die Choice-Man-Variante. Aber das kannst du natürlich vorher nicht wissen. Aber es gewinnt das One-Wall gegen so viele andere Pokémon. Panzer-Aeron-Lead ist auch sehr beliebt. Und es gibt jetzt nicht so viele Pokémon, die wirklich Battenpass kann. Dieses Battenpass-Zapdos-Set ist meiner Meinung nach das beste Lead-Pokémon. Denn es können jetzt nicht wirklich so viele Pokémon-Bettenpass, die Viable sind. Was auch noch ein guter Lead wäre, wäre Blitzer, wenn man ein schnelleres Pokémon hat. Kraftreserve Grass oder Kraftreserve Ice sind die Attacken eurer Wahl. Wenn ich ein Blitzer als Lead spielen würde, würde ich HPI spielen über HP Grass, wenn es kein Lead ist, Kraftreserve Pflanze. Gut, ja. Zapdos ist sehr gut. Für mich das beste Lead-Pokémon, auf jeden Fall ein A-Rang-Pokémon-Gänger. Gänger ist wirklich das interessante Pokémon, wie man es in Generation 3 spielt. Denn es gibt so viele interessante Sets. Das ist das beliebteste Gänger-Set. Nur acht Spezialangriffe eVs. Dieses Set ist so evid worden, also Gänger ist wirklich so perfektioniert worden in Generation 3, dass es nicht mehr geht, würde ich mal sagen, wenn man es defensiv spielen will. Denn in diesem Set tankt es eine Verfolgung, wenn es rauswechselt, mit diesem Set, also mit Full-HP. Mit diesem Set tankt es, wenn es 100% HP hat, eine Attacke von Brutalander auf Plus 1. Also eine Kraftreserve Flug auf Plus 1 nach einem Drachentanz tankt es immer. Dann drückst du Ice Punch oder Will-O-Wisp und dann ist dieses Brutalander down. Will-O-Wisp wenn du es verkrüppeln wirst und Ice Punch killt das Selvance. Und wir haben genug Speed um gewisse Pokémon Outspeeden, die wichtig sind, mir fallen die gerade nicht ein. Ah, ja, Labadus zum Beispiel Outspeedest du mit diesem Set, was sehr wichtig sein könnte. Scaraborn, Suicune Outspeedest du auch noch. Man könnte natürlich etwas Speed Investment nehmen, wenn man jetzt Labadus nicht Outspeeden will, aber in der Regel sollte man Labadus Outspeeden und du machst dir auch guten Schaden mit Donnerblitz. Aber, wenn du dieses Set spielen willst, musst du aufpassen. Das Gänge macht jetzt nicht so viel Schaden, wie du mir denkst. Aber es ist bulky, wie du denkst. Dann gibt es natürlich auch noch andere Varianten, die Utility-Variante mit Hypnose, die Fokus-Funch-Variante, die Perished-Rap-Variante oder die Variante, die ich am liebsten spiele, Donnerblitz, Eisschlag, HP, Crash und Explosion. Offensiv, voll offensiv, so macht das Puck mal Schaden. Explosion macht in der dritten Generation mit Gengen immer noch Schaden und so kannst du verhindern, dass sich der Gegner boostet mit Despot hat zum Beispiel. Wenn er es noch bei 100% ist, denn wenn du Explosion drückst, endet die Runde automatisch. Und wenn du schneller bist, kann der Gegner nichts mehr in dieser Runde tun. So verhindest du zum Beispiel, dass der Gegner Stackele mit Panzea und drückt oder Drachentanz mit irgendeinem gewissen Pokémon. Dann hätten wir noch Salamence. Puh, wir reden schon fast 24 Minuten. Ja, Brutalander ist für mich das zweitbeste Lead-Pokémon, teilt sich den Rang mit Despotaur. Die Mixed-Variante ist derzeit wirklich sehr beliebt. Drachenglaue, Brickbreak, H.P. Cress und Fireblast mit dem Huse trifft das so viele Pokémon gefährlich. Dieses Mixed-Set gewinnt so viele One-Wans, gegen Despotaur zum Beispiel, gegen Panzer Eron, gegen Zapdos vielleicht auch noch. Aber ja, was auch noch sehr beliebt ist, als Lead-Pokémon, Drachentan, ah, Choice Band, Wahlband, Brutalander, kann man als Lead spielen oder nicht als Lead, Wahlbrand, Brutalander macht immer so viel Schaden. H.P. Flying als Stab-Attacke natürlich, Erdbeben als beste physische Attacke natürlich, Rockslide, dass du Pokémon wie zum Aschwell Zapdos triffst und zum Flinschen Brickbreak für Despotaur. Denn Erdbeben reicht jetzt nicht zum One-Shotten aus. Brickbreak auch noch für andere Pokémon wie Blissey. Brickbreak muss man auf diesem Set auf jeden Fall spielen. Als Late-Game-Cleaner kann man noch Selamence auch spielen. Wir spielen hier genug Investment, um auf Plus 1 zum Beispiel Aero Aktyl-Sort-Speeden aber eigentlich ist das Investment da, dass man auf Plus 1 auf jeden Fall schneller ist als ein Salkabere Scaraborn. Denn Scaraborn ist vielleicht der gefährlichste Setup-Sweep im ganzen Game aber es hat natürlich ein paar Floss, Nachteile warum das Booking jetzt doch nicht so gut ist. Aber in der Theorie ist Scaraborn der beste Late-Game-Cleaner. Man könnte natürlich auch noch Full-Speed gehen wäre auch noch eine Möglichkeit aber etwas Bulk auf diesem Selamence Set ist immer nützlich. Ich würde immer ein hartes Wesen auf jeden Drachentanz-User spielen der es vielleicht nicht Despotar ist. Also Selamence Garedos auf diesen Pokken würde ich immer ein hartes Wesen spielen. Die brauchen genug Durchschlagspower. Ja Chirachi Celebi das sind Pokken Base 100 Stats Chirachi kann natürlich jetzt noch nicht flinschen aber die defensive Variante mit Bodyslam ist immer noch gefährlich. Ich habe schon so viele Leute mit Bodyslam Chirachi paralysiert und ich hasse so viele Leute wenn sie Bodyslam Chirachi spielen. Für mich ist das das Arschloch Set und es kann ja nicht mal Eisenschädel Hätte sind Generation 3 Eisenschädel wow das wäre verrückt dann gibt es natürlich auch noch die super Ratsch Variante die Gedankengut Ratsch Variante mit Gedankengut Psychokinese Feuerschlag HP Grass man kann hier zum Beispiel auch noch Eisbim spielen Donnerblitz Eisbahnschmeinig Donnerblitz Donner Donner kann man wirklich spielen Stadt zum Beispiel Donnerblitz wäre eine Möglichkeit denn in Generation 3 ist die Attacke noch besser als Generation 4 denn der Power Creep ist hier noch nicht so gut auf jeden Fall Call Mind Girage mit dem Pokémon muss man auch immer rechnen in jedem Gedankengut Team ist das ein Muss für mich deshalb die beliebteste Variante ist einfach die Mixed Defensive Wunschtraum Schutzschild Feuerschlag Body Slam Set das ist derzeit mein Lieblings Girage Set supportet das Team wirklich perfekt es gibt natürlich auch noch andere mit Delegator Gedankengut Wunschtraum Delegator Set was derzeit beliebter wird Lead Pokémon ist das Set wo man meistens noch Ice Punch spielt mit Dynamic Punch Ice Punch Fire Punch und HP Grass mit diesem Set trifft du so viele Pokémon sehr effektiv Dynamic Punch ist dazu da dass du Desporter One Shot kannst du kannst theoretisch HP Fighting spielen aber du willst HP Crash spielen und leider kann das Pokémon nicht Durchbruch ich habe ein bisschen herum Experimiert mit Choice Band Doom Desire und Kraft Reserve Stahl aber Doom Desire funktioniert ja noch ein bisschen anders die Attacke würde ich in Generation 3 auf jeden Fall nicht spielen Selebi ist für mich das beste Pokémon wenn es geht um Werte zu Betten Passen also Schwertanz plus Betten Pass kann man hier spielen oder Gedankgut Schwertanz oder Gedankgut Betten Pass Selebi ist sehr gut kann man auf jeden Fall in so einem weirden Team spielen natürlich gibt es noch andere Varianten mit Egelsamen Schutzschild HP Grass oder eine normale Gedankgut Variante oder einfach nur eine Schwertanz Variante geht auch immer defensives Gedankgut ja Girachi hat sehr viele verschiedene Sets muss man sagen mein Lieblingsset ist der zu dieses mit Egelsamen Schutzschild Psychokinese und HP Grass du kannst natürlich statt Psychokinese noch andere Attacken wie zum Beispiel Toxin spielen Delegato wäre auch noch eine Variante oder Gedankengut würde auch noch gehen HP Grass ist ein Muss du kannst auch Giggelsauger auf den Puppen spielen aber die Attacke ist schwächer als Kraft Reserve Pflanze und sie hat nur 8 Tv und 8 Tv sind leider zu wenig auf Celebi denn du willst mit dem Pokémon wirklich sehr oft drinnen bleiben und ein paar Runden mit dem drinnen bleiben und mit Egelsamen Gegner abwacken ja ich stimme auf jeden Fall ein dass die Pokémon im A-Rang sind vielleicht noch Plissi im S-Rang mit Metagross aber sonst passt das so im B-Rang haben wir sehr viele Pokémon wobei ich sagen muss von einem Pokémon nämlich A-Rang dieses Pokémon könnte man im A-Rang setzen das ist der beste Late Game Cleaner es hat spiel jedes Pokémon aus du spielst Electroball Ninjas ist trash aber und es bieter mit Blitzer aber Blitzer sieht man nicht so oft ist derzeit nicht so gut aber im noch ein Wild O-Yo Pokémon und A-Rang A-Rang ist einfach so ein Pokémon in dritten Generation was safe einen Trachtanz Boost hat denn du spielst dieses Pokémon immer mit einem Wahlband es gibt auch noch die Delegator Leechi Berry Aero Aktuelle Variante wenn es unter 25% ist bekommt das Angriffs Boost durch die Beäre mit Delegator auf jeden Fall okay aber die Choice Band Variante ist beliebteste und ich finde dieses Set richtig gut für mich der Beste Lebt Game Cleaner ich sage immer dass es einen Drachentanz Boost schon fix hat denn es ist auf plus 1 im Angriff durch das Choice Band ohne es Odd speed alle Pokémon für mich ist es das Drachentanz Pokémon was schon ein Drachentanz hat Rockslad als Gestein Step Attacke richtig gut zu 30% kannst du den Gegner flinschen immer gut auch noch eine Wincon wenn du Gegner unbedingt flinschen willst bekommst du auf den Flinch ich habe schon den Gegner so oft verflucht wenn der mit Rockslad nicht geflinscht hat egal ob es mit Despotar oder Aerodactyl ist Despotar und Aerodactyl geben auch eine sehr gute Kombi ab Niddy Stein Spam Team dann Risiko Tackle als stärkste Tackle denn Rockslad mit Step oder Kraft sehr beflugt mit Step ist immer noch schwächer als Risiko Tackle und Risiko Tackle kannst du immer drücken wenn du es nicht weißt in welches Pokémon der Gegner geht und du machst immer Schaden Erdbeam für Stahl Pokémon und HP Flug brauchst du wirklich auf den Pokémon du kannst natürlich auch noch HP Kraft Reserve spielen also Kampf oder Bug du kannst Kraft Reserve Käfer spielen wenn du einen safen One Shot auf Celeby haben willst mit Fighting wenn du auf jeden Fall Despot One Shot willst Ja Im B-Rang haben wir auf jeden Fall Suicone Aerodactyl Kledol Dictri Stammy Magneton Snorlax Modress Ich kenne auf jeden Fall alle Ich stimme auf jeden Fall zu dass die im B-Rang sind Ein paar Leute sagen Suicone gehört höher Stammy Dictri gehören höher Magneton gehört auf jeden Fall höher für die meisten Leute oder für ein paar Leute weil es einfach das beste Pokemon checkt nämlich Panzerion Leute die sagen dass Panzerion das beste Pokemon ist meistens ist dann Magneton auch ein bisschen höher weil sie die offensive die offensive Variante gefunden denn man hat gesehen Generation 4 ist die offensive Suicone Variante sehr gut probieren wir sie mal aus und ja sehr viele Leute lieben die speziell offensive Variante man muss aber immer davon zuerst ausgehen dass sie vielleicht die physisch defensive Variante mit Call Mind Gedankengut Erholung und Schlaf ist von der muss man immer als erstes ausgehen außer wenn es ein Lead Suicone ist wenn man mit Suicone leadet ist es immer eine offensive Gedankengut Variante aber wenn nicht musst du scouten welche Variante es ist und gäbe es den Sandsturm nicht wäre die physisch defensive Gedankengut Variante von Suicone so viel besser dann wäre das Ding im A-Rang oder sogar im S-Rang wie Relaxo und Suicone werden durch Sandsturm davon abgehalten dass die Pokémon so viel besser sind also ohne Sandsturm wären die Pokémon wirklich um so viel besser Relaxo mindestens im A-Rang Suicone sogar im S-Rang auch wenn es pro Runde nur 6% sind du bekommst dann keine Recurry mehr und das sorgt dazu dar dass Suicone nicht mehr so viel zängt denn man sieht es zum Beispiel in Generation 6 Juju oder sogar im OU die 6% nach 2 Runden sind schon 12% nach 3 Runden 18% du tankst eine Attacke dann musst der Gegner raus wechseln das wären halt schon wieder 12,5% die du bekommen würdest die du aber in der 3. 4. Generation im OU nicht bekommst und die sorgen einfach dazu dass das Wecon nicht sehr beliebt und ich verstehe auch warum die offensive Variante von Suicom besser ist und ich finde auch die Defensive Variante mit Gedankgut ist in Generation 4 besser als in Generation 3 Kledol ist für sehr viele Leute der beste Spinner es hat sehr viele Immunitäten also Spinner hat und Explosion und dann kann Pokémon wie Brutalanda Libelle Tram mit Eisbeam treffen ist das Pokémon schon gut man kann es auch noch mit Psychokinese spielen wie gesagt aber derzeit spielt man gerne Spukball dass man einfach Trauernfug auch hittet denn Trauernfug wird immer beliebter obwohl das Pokémon natürlich nicht so gut wie Gengist aber es hat halt keine Psycho Schwäche das ist das beliebteste Kledo Set in der dritten Generation muss man jetzt nicht so wirklich es in die Defensive investieren es reicht wenn du es in HP investierst denn Power Creepen in dritten Generation ist noch nicht so hoch und mit diesem Set tankt es auf jeden Fall sehr viel du kannst natürlich auch andere Varianten spielen aber das ist eigentlich das einzige Kledo Set was wirklich sehr gut ist Defensiv funktioniert auch in Stahl Team würde ich ja so ein defensives Kledo spielen aber ich bin kein Fan von Stahl in der dritten Generation finde ich einfach nicht so gut oder ich mag es nicht mit Stahl zu spielen in dritten Generation sehr viele Leute diskutieren wer ist der beste Rapid Spinner ist es Stahmy oder ist es Kledo für mich ist Stahmy in der Offensive in der Defensive natürlich Kledo in ein TSS Team würde ich ja Kledo spielen Kledo hat ja auch nochmal den Vorteil dass es eine Boden Resistenz ist es gibt jetzt nicht so viele Gesteins Pokémon das muss man schon sagen eigentlich nur zwei Aerodactyl und Despotza aber du musst mit Despotza immer rechnen und mit Aerodactyl musst du auch immer rechnen du brauchst mindestens normalerweise mit ein zwei rock resistenten Pokémon zum Beispiel Panzer Aeron plus einen offensiven Metagross reicht es nicht aus dass du genug Gesteinsresistenten hast in so einem Balance Team zum Beispiel also ja Kledo sieht man derzeit in einem normalen TSS Team statt Zumpax einfach weil es nochmal Rapid Spin kann Starmie sieht man auch wirklich sehr oft in sehr vielen verschiedenen Teams Starmie kann man offensiv wie auch defensiv spielen Starmie hat genug Bulg dass man es auch defensiv spielen kann mit Rapid Spin Genesung Surfer und Donnerwelle sehr viel Speed und der Rest in HP leider hat es nicht so viele HP da muss man ein bisschen aufpassen die offensive Variant ist auch immer noch gut mit Hüterpompe Streit Donnerpits und Rapid Spin also versteht mich jetzt nicht falsch offensiv Starmie defensive Starmie ist gut aber immer wenn ich Starmie spiele habe ich Angst dass der Gegner ein Pursuit Despot hat aber er muss erstmal den Pokémon stacken und dann kann er das Despot reinholen und die Hydro pumpe muss treffen aber killt nicht das ist immer so eine 50 50 wenn der Gegner Despot reinholt denn Despot tankt immer eine Hydro pumpe Generation 4 spielt man ja gerne ein Wahl Glast Starmie denn das one shot jedes oder die meisten Despot hast und deshalb spiele ich in Generation 4 lieber Starmie als in Generation 3 aber Starmie ist immer noch ein gutes Generation 3 Pokémon ja dann Diktry es kann rappen ich will jetzt eigentlich nicht mehr so viel reden reden wir noch denn dieses Video geht schon fast 40 Minuten denn Diktry dieses Pokémon ist in anderen Generationen gebannt in Generation 4 5 6 7 8 9 ist es mit der Fähigkeit gebannt in Generation 3 nicht da es wirklich ja der Power Creep ist einfach nicht so enorm auch wenn es gewisse Pokémon killen kann der Gegner oder du kannst dich meistens jetzt nicht so schnell Setup dass Gegner verliert Drachentanz zum Beispiel Drachentanz Gyarados ist in Generation 4 ein Grund mit Latias warum Diktry zum Beispiel gebannt wurde jetzt natürlich auch mit Generation 3 einfach also Wahlbank Diktry ist einfach nicht so gut wegen Generation 4 und später obwohl du Diktry in manchen Teams sogar spielen musst das ist so gewisse Pokémon War zum Beispiel es gibt Diktry spielt man ja derzeit mit sehr viel HP und Spätzdiff Investment das ist immer ein Eistrahl von Hythera senkt und es zu schotten kann mit Erdbeben wenn man wirklich ein Diktry in sein Team braucht Snorlax das beste Pokémon in Generation 2 vor 10 Jahren hat man noch diskutiert ist es ein S-Rang Pokémon oder ein A-Rang Pokémon aber jetzt habt man schon gesehen dass das Ding nicht so gut ist reden wir zuerst über die Flug Variante die Flug Variante von Relaxo ist gefährlich sie wäre tausend mal besser wenn es kein Sandstrom geben würde in Generation 3 ich habe ja das auch schon mit Sweekon erklärt du rewechselst rein bekommst 6 sagen wir einfach mal 6% dagegen du musst rauswechseln auf jeden Fall wären 12% aber die bekommst du einfach nicht dazu durch einen Sandstrom und übelreste die heben sich ja auf und 12% sind ja auch schon sehr viel und wenn du dich immer weiter set upst mit Fluch macht der Gegner physisch weniger Schaden aber die bekommst du nicht durch Sandstrom die sorgt einfach dazu dass Fluch Relaxo nicht so gut ist wie es sein könnte das sind der grün warum Despot gut ist aber natürlich ist finde ich es sogar gut dass es Sandstrom Despot gibt denn es sorgt dafür dass Monster wie Sweekon und Relaxo nicht außer Kontrolle geraten ich finde es wirklich gut dass es Sandstrom gibt außer ich ich spiele selbst Relaxo dann nicht aber ja durch Sandstrom spiele ich derzeit nicht so gerne Fluch Relaxo Relaxo ist finde ich die beste spezielle Wall wenn es geht darum Schaden zu machen wenn man eine spezielle Wall braucht dann spiel immer Hytera aus du spielst ein physisches offensives Team dann ist Relaxo auf jeden Fall das Pokémon das du spielen willst man sieht also das ist auch mein beliebtestes Relaxo Set mit Finale Body Slam Spukball Focus Spunsch wenn du ein offensives Team spielst und du es dir nicht leisten kannst Hytera Team aufzunehmen das nicht genug Schaden macht du eher ein schnelles Game spielen musst weil du ein offensives Team hast dann Spiel Relaxo und es one-shot mit Finale sehr viele Pokémon zum Beispiel es überlebt zwei Durchbrüche von einem Brutalanda oder es überlebt auf jeden Fall auf plus eins einen Durchbruch vom Brutalanda und das Pokémon ist down ich habe ein Team was nicht so gut ist aber was ich derzeit wirklich sehr gerne in Generation 3 spiele nämlich Tauros Snorlax und Slaking Snorlax sorgt dafür dass gewisse Pokémon die sehr gut sind gegen das Team wie Drachen Brutalanda das Pokémon ist gut wenn Pantheon zum Down ist oder wenn ich unbedingt den Pokémon remove will dann drücke ich Finale Body Slam ist eine sehr gute Attacke kann den Gegner zu 30% paralysieren Spukball für Geist Pokémon Fokus Punch für Stahl Pokémon und auf jeden Fall für Hytera und Blissey wenn der Gegner raus wechseln Despot ist Fokus Punch eine gute Wahl und das ist ein One Shot aber natürlich ist es oft risikoreich Fokus Punch drücken man kann auch Durchbruch spielen aber Durchbruch sorgt nicht dafür dass es Blissey eventuell one shot und auf jeden Fall nicht one shot das Despot also Durchbruch könnte man spielen aber ich bin es nicht der Fan von Durchbruch man kann natürlich Erdbein spielen wenn man unbedingt etwas gegen Meta machen kann denn sonst kann das Pokémon jetzt nicht so viel gegen Meta groß machen aber ja relaxer so ein Pokémon was so viel besser wäre also auf dem Papier ist dieses Pokémon immer viel viel besser ich habe über sehr viele Pokémon geredet wir reden jetzt kurz noch über die anderen Pokémon Labalus und Glur gehören nämlich bei dem Ara ein B-Rang Labalus ist im B-Rang und hier im C-Rang Glurak die beiden Pokémon machen komplett was anderes das muss man schon sagen Modress Labalus ist der bulkiger Glurak kann man mitspielen aber Glurak kann dafür ein Hytera besiegen was Modress nicht kann mit Beat Up oder Power Punch zum Beispiel Delegate Power Punch Glurak ist schneller hat einen Speater mit Brutalanda was auch nochmal besser ist Labalus macht mehr Schaden ist Bullkiger aber Glurak hat immer noch Großbrand und in Großbrand macht Glurak mehr Schaden man kann beide mit Sonntag spielen aber Glurak mit Sonntag finde ich jetzt nicht so gut wie Labalus Labalus kann auch Ehrlich was Poké wie Aerodactyl Snorlich verkrüppeln kann dafür kann Glurak Delegate mit Focus Punch Man muss beide Pokémon ja anders spielen aber und die beiden Poké spielt man in verschiedenen Teams ich finde Lavalus muss man auf jeden Fall mit ein Poké spielen was Stachler kann und bei Glurak ist es nicht so wichtig ob du wirklich ja Stachler spielst Melotic ist so ein Pokémon es ist nur ein C-Rang obwohl Melotic Potenzial hat aber ich bin leider kein großer Fan von Melotic in der dritten Generation im O-U-Tier durch den Sandsturm ist das Pokémon auch noch mal schwächer habe es eh schon zweimal erklärt aber der andere Grund ist du musst also du kannst es in fast jedes Pokémon reinschwitschen aber dann musst du Genesung drücken du holst ein anderes Pokémon rein und meistens musst du dann schon wieder kannst du eine Attacke drücken und musst dann raus wechseln also wenn du reinkommst musst du meistens immer Genesung drücken das ist mein Problem mit Milotech es kann Schaden machen aber meistens musst du wie gesagt immer noch Genesung drücken und zum Beispiel so ein Drachenhands Despotar oder Joy Spin Eier oder Atyul kann mit Rockslide dich einmal flinch und dann ist Milotech jetzt nicht mehr so gut besonders wenn Stachler down sind Flygon ein C-Rang Pokémon früher war es beliebter Flygon was witzig ist über das Pokémon es hat auch sehr viele beliebte sehr gute Qualitäten Generation 3 eine Stachler Immunität eine Sandsturm Immunity was dafür nochmal Sorgen warum das Pokémon besser ist das ist für sehr viele Leute der einzig Grund warum man gratis auf Blitzer spielt die beliebteste Variante ist die offensive Variante mit Erdbeben Rockslide H für Back und Delegator man kann es spielen aber es macht nicht so wirklich schaden meine beliebte Variante ist die physisch defensive Variante mit Schut 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 alle Pokémon eigentlich, die jetzt keinen Boost haben. Und mit bloß zwei Drachentanz besiegt ihr sehr viele Pokémon. Es hat auch noch mal Swarm, das sorgt dafür, wenn die Seilke Barrier sogar schon getriggert hat, dass Megon 50% mehr Schaden macht. Rockslide ist dafür, um Flug-Pokémon wie Zapdos, Brutalanda, Labrador zu treffen, die ihr sonst nicht kann. Das Pokémon ist sehr bedrohlich, wenn es unter 25% ist. Aber der Sandsturm sorgt dafür noch mal, dass das Pokémon-Spech ist. Denn so hat es einen Counter. Du kannst dir nicht leisten, dass du auf dem Pokémon Überreste spielst und so bekommst du immer 6% Schaden. Und wenn es unter 25% ist, bleibt es höchstens 3-4 Runden drin und du musst meistens mit dem Pokémon predikten. Und wenn du ein Schutzschild-Pokémon hast, ist dieses Pokémon auf der gegnerischen Seite einfach nicht mehr so gefährlich. Aber auf dem Papier, wenn der Gegner nicht, also wenn du gut predikten kannst, ist das Pokémon gefährlich. Aber auch in Sandsturm ist das Ding nicht mehr so gefährlich. Man kann das Pokémon auch noch mal mit dem Wahlband spielen. Wäre möglich. Hat ja einen sehr guten Angriff, einen sehr guten Speed. Aber die Salker-Variante ist die beliebteste Variante. Fortress. Es kann spinnen, Rapid Spinning. Ich denke, jeder kennt Vostelka. Man kann ja physisch defensiv spielen. Speziell defensiv, physisch defensiv. Es wird aber von so vielen Pokémon gewollt, wie zum Beispiel Gengar. Gengar ist der perfekte Hard-Counter gegen Fortress. Fortress kann wirklich gar nichts gegen das Pokémon machen. Du kannst nicht spinnen. Und Gengar kann nicht mit noch Feiertag One-Shotten. Kappels. Kappels war vor ein paar Jahren nicht mal ein Oyo-Pokémon, sondern Jujo-BL-Pokémon. Ein Pokémon, was so stark für das Jujo-T ist, aber nicht für das Oyo und nicht wirklich Viable für das Oyo-Tier. Aber ja. Pitch-Borris sorgt dafür, dass das Pokémon Oyo-Viable ist. Sagen wir es mal so. Natürlich gibt es noch andere Gründe, warum das Pokémon Oyo-Viable ist. Aber Pitch-Borris ist einer der Hauptgründe, warum das Pokémon ein sehr gutes Oyo-Pokémon ist. Sagen wir es mal so. Und man spielt wirklich mit jedem Set. Meistens drei Kampfezacken. Focus Punch, Sky Uppercut und Mug Punch. Du kannst auch Egelsam spielen, aber du spielst nie eine Pflanzentacke auf diesem Pokémon in der dritten Generation, weil die jahle speziell sind. Und es hat null Spezialangriff. Cholteon. So ähnlich wie Zapdos, nur schneller. Macht vielleicht nicht mehr Schaden. Ein sehr gut Sleep-Pokémon. Du musst aber Blitze immer mit Stachler-Support spielen. Sonst ist es wirklich Müll. Dann hätten wir noch Austaus. Austaus ist derzeit das Pokémon, was im Oyo-Tist, was eher ins Jujo-Bielt hier gehört. Also es ist das schlechteste Oyo-Pokémon, was gerankt ist im Oyo-Tier. Ich finde es leider nicht gut. Es ist leider so. Du spielst es derzeit eher speziell defensiv, auch als Lied vielleicht. Es kann eine Explosion Rapid Spin-Schlacht, das so gute Attacken hat es. Aber der Eis-Typ sorgt dafür, dass es so eine Gesteinsschwäche hat. Es wird von jeder Pflanzen, Elektro-Attackige und One-Shotted. Es wird getroffen durch Sandsturm, Schlacht, Stachler, Toxin und Rapid Spin. Austaus ist unweiblich. Auch wenn es das drittbeste Pokémon in der zweiten Generation ist. In der dritten Generation ist es leider einfach nicht gut. Es ist schwer das Pokémon zu spielen. Wenn man ein Eis-Pokémon mit Stachl spielen will, dann finde ich ehrlich gesagt als Lead-Pokémon Claylia ist auf 400 so besser. Denn das Ding ist schneller, hat keine Elektro-Schwäche, tankt auf jeden Fall etwas. Es kann auch Explosion, es kann Verhöhner, was auch das nicht kann. Garedos ist ein witziges Drachentanz-Pokémon. Garedos, es gibt ein Set, was Viable ist. Eine Drachentanz-Variante. Egal ob mit Erholung oder nicht. Man spielt es meistens mit Drachentanz und du musst ein hartes Wesen, das es auf jeden Fall Schaden macht. Man kann es auch statt mit Kraftreserve Flug, mit Kraftreserve Gestein treffen, also spielen. Das ist zum Beispiel Aerodactyl-Wall, äh, Drift. Aber wenn du es jetzt mit Full-Speed spielst und in harten Wesen, kann es gewisse Pokémon nicht auch spielten. Wie zum Beispiel ein Plus-Einteil, also ein normales Aerodactyl Full-Speed. Und du kannst es einfach mal mit Roxel one-shotten. Das ist mein Problem mit Garedos. Es macht leider auch nicht genug Schaden. Es wird zum Beispiel von so vielen Pokémon wie Suikon gewollt. Es kann nichts gegen, wirklich null gegen Panzer und tun, was es auch noch mal schwächer macht. Despotat hängt auch in der Attacke immer und kann es one-shotten. Also für mich ist Garedos, äh, eines der schlechtesten OU-Pokémon. Und ich vergesse immer, dass es das Pokémon in der dritten Generation gibt, aber weil es Drachenlands kann, äh, ist das Pokémon immer noch gut. Man sollte vielleicht Garedos ein bisschen anders spielen. Ich finde, dass das Pokémon Potenzial hat, wenn man vielleicht mit dem Joy-Spin spielt oder eher defensiv. Aber ich habe jetzt keine Erfahrung, wie es eher mit defensiv ist. Aber es bekommt halt wieder Sandstormschaden. Hat, sprich, keine Recovery. Deshalb sollte man vielleicht jetzt nicht defensiv spielen, außer mit Erholung. Aber das ist dann halt nur für Recrafting. Choice Band wäre eine Möglichkeit. Wäre verrückt, glaube ich sogar. Gut, Haryama, das ist so ein Pokémon, was so viable ist wie gewisse OU-Pokémon, aber es ist ein Juju-Biel-Tier, also Juju-Biel-Tier, aber Haryama ist viable im OU. Ich spiele es auch gerne im OU. Es ist vielleicht sogar das beste Kampf-Pokémon, denn ich finde, Skaraborn ist jetzt nicht wirklich ein Kampf-Pokémon in der dritten Generation. Wie gesagt, die Salka-Variante ist derzeit am liebsten und ist nicht so gut. Kappels, ja, es ist Kappels. Ist auch teamabhängig und Haryama kann jedes Team supporten, denn es kann eine Attacke, nämlich Abschlag. Nicht viele Pokémon können Abschlag, das sagt dafür nochmal, dass Haryama gut ist. Der Bulk bei Haryama ist auch immer da. Es kann auch das beste Pokémon im OU-T-One-Shotten, nämlich Despotzer. Also es ist auf jeden Fall OU-Weibel und gut. Im D-Rang, E- und F-Rang, da werden es nur gewisse Pokémon gehen. Im D-Rang haben wir natürlich interessante Pokémon in Porygon 2. Über dieses Pokémon können wir schnell reden. Porygon 2 gehört auf jeden Fall in jedes Gedankengut. Spamteam, denn du spielst Raikou meistens immer mit Porygon 2 oder sogar mit Blitzer. Denn Porygon 2, wenn er gegen einen Diktree hat, killt er einen Pokémon von dir und du willst Diktree immer besiegt haben. Du gehst dann in den Porygon 2. Diktree kann nichts gegen Porygon 2 tun. Und Porygon 2 nimmt ja die Fähigkeit von Diktree an und besiegt so Diktree. Medichem ist ein gewagtes Pokémon. Medichem macht wirklich sehr viel Schaden, aber du musst mit dem Pokémon predikten. Und die beste Kampftargetiers hat, Durchbruch oder Fokuspunch, aber mit Powerpunch musst du immer predikten. Und ich finde Meditalis mit Powerpunch ist nicht so gut. Aber wirklich, Meditalis ist ein gewagtes Pokémon. Es hat das Potential, dass es gut ist, aber es ist schwer mit dem Pokémon umzugehen. Im E-Rang haben wir Pokémon, über die wir reden können. Tronfugil wird immer beliebter. Wenn man Geng aus irgendwelchen Gründen nicht spielen will, dann spielt man Mystery Wizz. Also der einzige Grund, warum ich Tronfugil über Gänge spiele, ist nicht wegen der Psycho-Spräche, einfach wegen Style. Und vielleicht, wenn ich wirklich einen Spin-Counter haben will gegen Kledol, also Lipomentas, und ich bin mir sicher, dass du Psycho-Knie-Sprungspunker spielst, dann vielleicht. Knogger hat 500 Tag mit seinem Knochen. Ist sehr gut in Paras-Spam-Teams. Blaziken, das ist auch so ein Pokémon. Ich finde, jeder, der mit Generation 3 anfängt, als Competitive zu spielen, wird am Anfang sicher mal Blaziken Logok benutzen. Als Lead-Pokémon potenziell auf dem Papier so gut. Trifft mit Feuersturm, Panzer-Aeron zum Beispiel. Es gibt ja auch den genannten Skam-Blizzkor, Panzer-Aeron und Hythera. Mit Feuer trifft es Panzer-Aeron. Mit Kampf-One-Shotter ist zum Beispiel Hythera. Und auch Despotar. Dann kann es noch Kraftreserve pflanzen. Für Wasserpucken, wie zum Beispiel Sompax. Donnerschlag für Aerodactyl zum Beispiel. Für Garedos. Also das Potenzial ist da. Also wirklich. Ich habe am Anfang versucht Blaziken zu benutzen. Und dann habe ich gesehen. Als Mixed Sweeper natürlich. Aber dann habe ich gesehen. Das Pokémon ist zu langsam oder macht zu wenig Schaden. Es wird von Diktri getrappt und dann ist es weg. Als Lead-Pokémon ist es zu langsam. Leider kann es nichts gegen Zapdos tun, was sehr beliebt ist. Brutalander ist beliebt. Es ist leider auch nicht bulky. Also auf dem Papier sieht Logok sehr gut aus. Wie ich darüber über das Pokémon gesprochen habe. Vielleicht sieht es gut aus. Aber benutzt es mal in der Praxis. Das Pokémon funktioniert leider nicht so gut. Clayly. Also 492 finde ich als Suicide-Lead-Pokémon. Als Lead-Pokémon mit Starkler besser als Austaus. Ist wahrscheinlich die einzige Nische. Kamerubt. Hard-Counter-Gänger. Über Kamerubt kann man auch nochmal sprechen. Denn dieses Pokémon sieht man auch nicht so oft. Aber es ist Zweifel. Ich finde es sogar in Generation 4 OU besser. Aus vielleicht den gleichen Gründen. Aber ja. Dieses Kamerubt ist jetzt World-Gänger. Mesh. Schon spielt man ja Gängel mit Ehrlich. Funktioniert nicht. Donnerblitz. Ice Beam. Vielleicht noch Explosion. Oder Verhöhner. Wirklich dieses Pokémon kann nichts gegen dich tun. Du kannst Air Beam. Fire Blast. Es hat wirklich ein gutes Step-Combo. Es macht Schaden auf jeden Fall. Explosion hat es auch nochmal. Hundemann. Der zwei beste Pursuit-Rapper. Wenn man jetzt nicht den Sandsturm spielen. Also haben will auf seiner Seite. Wenn man zum Beispiel Relaxer supporten will. Und Geist-Pokémon vernichten will. Und keinen Sandsturm haben will wegen Relaxer. Spielt man Hundemann. Kann man machen auf jeden Fall. Flash weist auch nochmal dazu da. Das ist auch Gängel-Hard-Walt. Aber. Wenn der Gegner schon mal Hundemann gesehen hat. Und das mit Donnerblitz predicted. Two-Shotter des Hundemann. Es ist vielleicht auf dem Papier irgendwie Weibel. Aber. In der Theorie. Was ist zu rappen. Was ist machen soll. Funktioniert leider nicht so gut in der Praxis. Oh mein Gott. Wir reden schon eine Stunde. Aber ja. Efran. Reden wir über Gewaldro. Das hat fast das gleiche Syndrom wie. Blaziken Logok. Gewaldro. Hat ein gutes. Spezielles Set. Der All Out. Mixed Attack mit. Laubklinge. Donnerschlag. Rafter Serbeisen. Focus Punch. Es trifft mit dem Set. So viele Pokémon. Panzerion. Blissey. Despotar. So viele Pokéon. Sumpex. Settlements. Celebis. Celebis. Suicone. Ein offensives. Ein offensives. Garados. One-Shotten. Obwohl die Attacke vierfach ist. Das zeigt schon, dass das Pokémon vielleicht auf dem Blatt Papier gut aussieht. Es trifft sehr viele Pokémon. Aber wenn es nicht mal Garados One-Shotten kann mit einer vierfach effektiven Tid, macht ihr Pokémon auch nicht, macht das Pokémon nicht so viel Schaden. Laubklinge hat in der Generation auch eine Base-Stärke von 70, ab Generation 4 ist die Takt physisch, aber hat ja eine Base-Stärke von 90. Und die 20 Base-Punkte machen bei den Pokémon wirklich so viel aus. Mit Laubklinge macht das leider auch keinen Schaden. HP Ice reicht vielleicht nicht mal aus, um Brutalander zu One-Shotten. Focus Punch muss man auf den Pokémon spielen, denn es hat jetzt nicht so ein Movepool. Aber Focus Punch ist natürlich eine gute Attacke, wenn man zum Beispiel Hytera prediktet. Das Gewaltrow tankt auf der physischen Seite ist auch nicht so viel. Notdünger ist auf diesen Pokémon gut, aber so Monopflanze offensiv ist auch wieder nicht so gut. Es hat leider zu viel Schwächung und ist nicht bulky. Ich verstehe es, wenn es im S-Ring ist, aber es ist aufgelistet, nicht so Pokémon wie zum Beispiel Miltank, Rizeros, Lamos zum Beispiel, Schwalbos. Ja, Slacking. Ein paar Leute sagen, dieses Pokémon gehört auf jeden Fall ins Ojo-Tier. Es ist das Pokémon, was am meisten Schaden macht. Du spielst es immer mit Wahlband. Wahlband-Rückkehr, Wahlband-Erbbeben, Wahlband-Risiko-Tackle. War egal. Late Harking macht immer viel Schaden. Aber wenn er gegen ein Schussschild Pokémon hat, ist das Trash. Du musst mit Slacking immer predikten, aber ein sehr guter Ojo-Player. Mir fällt gerade nicht der Name ein. Sag, dass das Pokémon ins Ojo-Tier gehört. Also mit dem Pokémon kannst du immer den Gegnern überraschen. Ich probiere ja, teste derzeit ein Normal-Spam-Team. Das heißt, ich spiele drei Normal-Pokémon mindestens. Haben natürlich ein paar Schwächen, muss man schon sagen. Aber die anderen Pokémon sollen im Team helfen. Slacking gehört auf jeden Fall ins Normal-Spam-Team. Denn ich bin der Meinung, Normal-Attacken sind gut. Der Offensiv treffen sehr viele Pokémon-Neutral. Und du kannst dir gewisse Pokémon-Trap mit Despot und Magnetern. Ich finde, Normal-Pokémon gehören noch ein bisschen ausgeforscht, wie gut sie in Wirklichkeit sind. Aber ja, Slacking hat Potenzial. Spiele ich ab und zu. Als Lead kann man Slacking spielen. Aber ja, Slacking als Lead finde ich jetzt nicht so gut. Denn mit dem Pokémon kannst du schon überraschen. Und Slacking ist auch bulky, wie man hier sieht. 442 DEV und 240, also 440 HP und 240 physische Verteidigung. Auf Plus 2 tankt es eine Attacke von Despotar und kann es mit Erdbeam-One-Shotten. Ich hatte vor einer Stunde, zwei Stunden einen Kampf mit diesem Team. Und das war das schlechte Szenario. Aber Despotar hat mich mit Rockslack geflincht. Nur so ein Beispiel. Also es tankt auf jeden Fall immer eine Attacke, weil es ja so viel HP hat. Es ist schnelle Speed-Type mit Zapdos. Brutalanda zum Beispiel mit Glurak. Ja, Donphan, ein Boden-Pokémon, was Rapid Spin kann. Mit Joy Spin gut. Regirock. Donnerwelle, Rockslack-Explosion. Mehr kann das Pokémon leider nicht. Und über die anderen Pokémon brauche ich nicht reden. Stalos hat eine Nische, die Metagross nicht erfüllen kann. Nämlich die Elektro-Immunity, obwohl Metagross in allen anderen Bereichen Stalos outglaft. Außer vielleicht noch mit Step-Erdbeam. Aber trotzdem macht Walband-Meterross mit Erdbeam ja Schaden. Ja, ich habe vielleicht nicht über jedes Pokémon gesprochen. Aber das Video dauert schon mehr als eine Stunde. Ich denke, das genügt. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Pokémon hält. Findet ihr, dass Desputa das beste Pokémon ist? Oder sagt ihr, dass er Metagross oder Panzerun das beste Pokémon ist? Dank fürs Zusehen. Bis dann. Bis dann.